Und wer von euch zwei ist öfter am Smartphone? Wenn der da jetzt... Punkt für euch! Der kennt die ganze Welt, ganz Deutschland kennt der. Von 1. bis 8. Liga. Das hat auch nichts mit dem Handy zu tun, aber egal. Du likest jeden scheiß Beitrag. Es geht ja nicht, ob ich irgendwas like. Es geht darum, ob ich öfter am Handy bin oder halt. Ja, und was machst du dann? Jeden Beitrag like, Mann! Ja, damit du froh bist, dass du immer ein Like bekommst. Flipflop aus dem Mund, Junge!